Die beiden formal vom Nationalrat im Dezember eingesetzten parlamentarischen Untersuchungsausschüsse treffen sich kommenden Donnerstag am 11. Jänner zu ihren konstituierten Sitzungen. Neben dem Beschluss des Arbeitsplans könnten bereits erste Ladungslisten vorgelegt und beschlossen werden. Über die Bühne gehen werden die Ausschüsse im neu sanierten Parlament im Erwin Schrödinger Lokal 1. Die beiden Sitzungen wurden vorerst mit einer Stunde veranschlagt und sind nicht medienöffentlich. Auf der Tagesordnung stehen etwa der bereits unter den fünf Fraktionen akkordierte Vorschlag für den Arbeitsplan, der nun formal beschlossen werden muss. Außerdem könnten bereits die Ladungslisten vorgelegt und etwaige erste Ladungen auf den Weg gebracht werden. Mit den Befragungen geht es dann freilich erst im März los. Die ersten Auskunftspersonen im Kofag-Ausschuss mit Förderungen durch die Covid-Finanzierungsagentur näher beleuchten soll, können für den 6. und 7. März geladen werden. In der darauffolgenden Woche beginnt am 13. und 14. März der von der Volkspartei alleine getragene Ausschuss zum rot-blauen Machtmissbrauch, der die Regierungsbeteiligung von SPÖ und FPÖ in der Zeit vom 11. Jänner 2007 bis zum 7. Jänner 2020 unter die Lupe nehmen will, mit der Befragung erster Zeugen. In weiterer Folge wird wochenweise gewechselt. Beide Untersuchungsausschüsse bestehen jeweils aus 13 Mitgliedern exklusive der Vorsitzenden. Jeweils fünf Abgeordnete sind von der ÖVP, drei von der SPÖ, je zwei von FPÖ und Grünen, sowie ein Mandatar bzw. eine Mandatarin von den NEOS. Selbige Verteilung gilt für die 13 Ersatzmitglieder. Untertitelung des ZDF für funk, 2017